Es ist erlaubt, Filme zu gucken, wo Kalifen, wo Propheten, über Propheten und Kalifen sind. Es ist nicht erlaubt, Propheten und Kalifen und diese Menschen darzustellen. Das ist, was ich sagen kann. Es ist nicht erlaubt, diese Leute, diese Menschen darzustellen. Wenn man einfach die Geschichte von denen erzählt, ohne jemanden darzustellen und sowieso, wenn die Filme machen, so wie diese Filme, wo Frauen und Männer und alles, das ist sowieso nicht islamisch. Aber wenn man jetzt Geschichten einfach erzählt, indirekt oder lehren, dann ist es, inshallah, gut, aber Filme darzustellen und Propheten darzustellen, Gefährten von Propheten darzustellen, eigentlich überhaupt auch fromme Leute, egal, allgemein darzustellen. Dann bleibt diese Person hängen, als ob er dieses Bild hängen bleibt, was Allah gelassen hat, und zwar Geschichte. Allah erzählt die Geschichte im Koran, als ob du sie siehst. Das heißt, wenn man den Koran liest, wie zum Beispiel die beste von den besten Geschichten, das ist Surat Yusuf. Wenn Surat Yusuf liest, als ob du liebst mit Yusuf, seit er klein war mit seinen Brüdern, die ihn in den Brunnen geworfen haben, bis er Staatshalter, Finanzminister bei der Staatshalter in Ägypten, und seine Vater und Mutter und seine Brüder gekommen sind und sich zu ihm niederworfen haben, als Begrüßung. So schön, ohne darzustellen. Aber wenn sie jetzt die kommenden Yusuf darstellen, manche haben Gesichter von Yusuf, oder Ashab Al-Karf darstellen, dann bleibt das in deinem Kopf. Sogar dieser Hund, wie wir gesagt haben, bleibt deinem Kopf, da haben die einen hohen Hund gebildet. Weil das bleibt eingeprägt. Heute sagst du, Bilal, der sagt, ja, ja, habe ich gesehen, ist auf den Kaaba eingestiegen und hat Adhan gemacht. Und da sagst du, Hamza, Sayyidu Shuhada, der Haada, Märtyrer, Onkel vom Prophet Muhammad, Bruder vom Prophet Muhammad, von seiner Familie, den wir lieben. Und da sagt er, das ist, wie heißt er dir das dargestellt hat? Ja? Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Auf Arabisch, auf Arabisch, von Araba, heißt Abdallah Gheith, das ist auch eine ägyptische Darstelle, die gestorben ist. Rahimahullah. Aber die Leute, die wir verbinden da. Da sagst du, wo hast du das gesehen? Habe ich doch in diesem Film Risselle gesehen. Das ist Beweisfilm Risselle. Und dann haben wir da gestellt, dieser Kuffar von Quraysh, einer so mit dieser, wie heißen das noch, Augenbraun, so. Und dann machen die arabische Sprache, so wie heute, wenn die Arabe lustig machen, über Arabisch, dann machen die diese Geschichte, dieser Film. Ja, kaum, suchen die. Was ist das, Subhanallah? Und das ist geblieben bei den Menschen, die so, bleibt eingeprägt. Diese Filme sind alle im Hintergrund, so. Sag ich auch, meine Kinder, aber guck, auch jetzt hier, keiner am kleinen Kind guckt, Pepperwurz. Oder, was ist das? Ich sag, du, du, sagst, meine Tochter, sag ich auch. Aber Hela vielleicht guckt, oder sagt, du guckst das, dann wirst du auch Charakter von Schwein haben. Tut mir leid. Du wirst diesen Charakter haben, automatisch. Du siehst jetzt kleine Töchter, du kommst nach Hause, du sagst, ja, was ist das? Das ist eine große, mediale Sache, glaub mir, das ist ein Hintergrund. Und wenn man älter wird, dann merkt man, oh, guck mal, das sind wirklich Botschaften. Und du merkst, die ganzen Zeichentrickfilme von früher, und diese ganzen Märchen, Tausend und eine Nacht, und diese Rotkäppchen, und Aschenputa, und Tatatuta, alle sind gleich. Guck mal, ich bin nicht in Deutschland, aber in Deutschland sind die, in Tunesien sind die, und im Rest von Marokko sagt, da, Allahu Akbar, glaube ich, auch da. Egal wo, gleiche, gleiche Geschichte, immer gleiche. Und die Menschen haben jetzt eingeprägt, irgendwelche Hintergrundsachen haben die bei uns verursacht. Ob wir wollen oder nicht wollen, ja, deshalb muss man aufpassen. Aber es ist gut, dass man Geschichten von Propheten und alles lernt, aber nicht darstellen. Man steht nicht dar, weil keiner könnte diese Leute darstellen, und würde auch diese Leute darstellen. Und es gibt immer viele Sachen bei diesen Filmen. Manche haben erlaubt für die Kinder, dass man Zeichentricks macht, aber nicht Propheten oder sowas zeigt. Aber nur, dass man irgendwo Geschichte erzählt, allgemein.